Unsere Spezies nennt sich selbst Krönung der Schöpfung. Wie überheblich ist das denn bitte schön? Und leitet daraus auch einige Dinge ab. Experimente an Tieren sind okay, weil die sind ja auf niedriger Stufe. Vor allem, wenn es kleine Tiere sind. Im folgenden Eingespräch mit Jürgen Brauer, einem Professor an der Hochschule in Kempten, für Sensordatenverarbeitung und Programmierung, hat sich seit Ewigkeiten mit Machine Learning und allen Themen rund um KI beschäftigt. Das ist auch ein bisschen abseits dieses großen, weiten, breit getretenen Pfades vom Deep Learning, den heutzutage fast jeder betritt. Trotzdem hat er sich auch natürlich mit Deep Learning sehr intensiv beschäftigt, hat sogar Bücher darüber geschrieben, auch Bücher über das Programmieren im Allgemeinen. Ein ganz neues Buch über seine Konversationen mit JetGPT, sehr interessant. Und genau um die Themen geht auch das folgende Gespräch, indem wir ein bisschen die Auswirkungen und Implikationen von so einer KI-Gewalt, die sich da gerade offenbart, diskutieren und ausbreiten. Wenn euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Jürgen Brauer. Hallo Jürgen, schön, dass du Zeitungen hast, freut mich brutal. Danke für die Einladung. Ganz, ganz gern. Du hast ein Buch geschrieben, ganz aktuell, das hast du mir auch gleich mal gegeben. Die Halbstarken sind da und da geht es um JetGPT. Ganz aktuelles Thema, künstliche Intelligenz, mit der man chatten kann. Mir hat das fasziniert, das Buch. Eigentlich interessiert mich, wie man darauf kommt, was da drinnen ist. Das sind ja eigentlich deine persönlichen Gespräche, oder einige, ein Auszug davon wahrscheinlich, mit dieser künstlichen Intelligenz. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, das in dem Buch zu verpacken oder das so anzugehen? Ja, JetGPT kam ja Ende November letzten Jahres raus, Ende November 2022. Und hat für viel Furore in der Presse gesorgt. Und ich wollte einfach mal ausprobieren, was dieses JetGPT halt kann. Und dann war tatsächlich die erste Idee, ich mache vielleicht auch einen kleinen Podcast draus oder nehme Videos auf. Und habe mich dann aber final dann doch halt für dieses Format entschieden, für ein schriftliches Format. Die Idee war einfach halt, ich plapper mit dem mal drauf los, führe verschiedene Dialoge. Und um das auch ein bisschen aufzuzeichnen, auch für mich nach hinein, noch um das in einem schönen Format zu haben, habe ich dann einfach diese Dialoge abgespeichert, das nochmal umgewandelt, halt im Textformat. Dann kam ein Buch raus. Die Idee war immer so auszureizen, in verschiedene Richtungen mal reinzustoßen, das JetGPT, was es kann. Hat es räumliches Vorstellungsvermögen, kann es programmieren, kann es einfache Aufgaben erfüllen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme immer ein Thema, eine Aufgabe und das wird dann ein Dialog. Und das ist dann quasi immer jeweils ein Kapitel. Waren die Dialoge geplant vorab? Oder war das eher so aus dem Bauch raus, ah, heute habe ich jetzt Bock. Heute machen wir den Test mit den Räumen und den drei Kisten und der soll die Banane von der Decke pflücken. Tatsächlich habe ich erst mal so am Whiteboard ein bisschen Brainstorming gemacht, was will ich eigentlich halt mal testen, was würde mich interessieren. Habe so ein paar Themenfelder aufgeschrieben und wie es dann so oft ist, das war der Plan, es kam ein bisschen anders. Während der Unterhaltung halt mit dem JetGPT kamen dann auch andere Themen, Ideen auf. Wie es auffallen zwischendurch, das fand ich auch toll. Das war auch ein gewisser Punkt, der mir nicht klar war. Ich habe selber mit dem JetGPT interagiert, aber es war immer eine sehr förmliche Konversation. Und du bist ja dazwischendurch so richtig, nee, das passt mir jetzt nicht, da habe ich keinen Bock dazu. Also so wirklich ganz lapidar, wie man halt sprechen würde mit jemandem, der mir jetzt Bullshit erzählt. Manchmal war ja auch so Bullshit-Antwort dabei, aber man denkt sich, nee, das passt jetzt nicht. Das geht jetzt völlig daneben. Funktioniert ja trotzdem. Das war auch ein Teil des Tests. Das heißt ja halt, das JetGPT ist eben halt Dialogsystem und simuliert menschliche Dialoge. Das kann es im Wesentlichen gut. Daraufhin ist es optimiert worden. Und so sprechen wir halt. Also der eine sagt, nee, oder einfach nee, Ausrufezeichen. Und mal gucken, wie das System darauf reagiert, ohne dass ich jetzt dann halt einen wohlgeformten Satz eben dem präsentiere. Nein, deine vorherige Antwort war falsch. Das ist nicht das, was ich mir wünsche, sondern einfach, nö, du, mach mal anders. So habe ich dann versucht, dann auch einfach mal auch indirekt mitzutesten in den Dialogen. Und das Ergebnis funktioniert? Es ist erstaunlich gut da drin, halt auf solche kurzen Äußerungen dann wieder halt den Faden aufzunehmen, auch festzustellen, okay, das war anscheinend nicht das, was er vorher von mir hören wollte. Ich muss das jetzt nochmal modifizieren. Und die Antwort sozusagen, oder meine Antwort impliziert auch, dass ich dann eine andere Lösung mal haben möchte, zum Beispiel das, was ich halt angefragt habe. Und dass er auch gleich eine neue Antwort generiert. Hat funktioniert. Was mich auch umgekaut hat, ich habe es vorhin schon gesagt, war die Fähigkeit, dass da räumliches Vorstellungsvermögen irgendwo ist, scheinbar. Ich konnte mir nicht erklären, also so in meiner Vorstellung war das halt, ich hatte ein großes neuronales Netzwerk, ich habe mich auch mit diesen Transformern kurz mal beschäftigt. Und dann war das einfach ein Ding, was unglaublich viel Text gefressen hat und daraus rekombiniert und mir schöne Antworten liefert. Das war so meine naive Vorstellung. Aber dadurch, dass dann, da war ja die Aufgabe ungefähr reproduziert, zwei Räume, in einem Raum stehen drei Kisten, die sind durch eine Tür verbunden. Im anderen Raum hängt eine Banane an der Decke, in zwei Metern Höhe, die Kisten haben die und die Größe. Wie komme ich an die Banane ran? Und dann antwortet er, ja, ich nehme die Kisten, trage sie rüber, stapel sie, dann hat er sie verkehrt herumgestapelt oder so was. Aber im Prinzip hat er die Situation begriffen. Das hat mich absolut umgekaut. Das war halt auch, ja, eine der Punkte, die ich schon auch mal vorher beim Brainstorming eben aufgelistet hatte als interessantes Themenfeld. Wie weit kann so ein Sprachmodell generelle Probleme lösen? Ich sage mal, das ist in der KI-Forschung schon, als die KI-Forschung so richtig Fahrt aufgenommen hat in den 50er, 60er Jahren, war das damals halt auch schon so ein Thema. Man wollte solche General-Problem-Solver-Systeme bauen, GPS-Systeme, heute steht GPS für was anderes, glaube ich. Und war die Frage halt, ob man halt solche allgemeinen Aufgaben halt, wo der Aktionsraum sehr groß ist, eben halt lösen kann. Und deswegen habe ich diese Aufgabe mal rausgegriffen und fand es ganz interessant, dass tatsächlich das System, obwohl es ein Sprachmodell ist, obwohl es Dialoge simuliert, wie soll ich da typischerweise antworten, damit der Mensch wieder zufrieden ist, dass das System trotzdem in der Lage ist, generelle Probleme zu lösen. Also ich hatte zum Beispiel in dieser Aufgabe dann auch noch gesagt, okay, die Tür ist verschlossen, es gibt einen Schlüsselkasten. Und das heißt, du suchst eigentlich eine Folge von Aktionen, die dann nach Ende zu dem Ziel führen, deinen Faden wieder aufzunehmen. Das heißt, du brauchst wirklich halt eine längere Folge von Aktionen, die dann zu dem Ziel führt, ich komme an die Banane ran. Also ich kann ja auch nicht einfach da halt drüber laufen. Und es war auch zum Beispiel die Frage, ordnet der das in einer sinnvollen Reihenfolge? Das heißt, ich habe dann auch mal das System gefragt, ja, kannst du mir denn halt auch so eine Liste geben von Aktionen? Was muss ich denn machen nacheinander? Es ist halt eben wichtig, dass ich nicht, ich kann nicht erst durch die Tür gehen und dann die Kisten aufeinander stapeln, die Banane greifen und dann öffne ich die Tür, sondern ich muss zuerst die Tür öffnen. Das wissen wir aus unserem Weltwissen. Wir gehen heute Abend nicht nach Hause und sagen, wir gehen zuerst durch die Tür und legen unsere Sachen ab und dann schließen wir die Tür auf. Da machen wir uns keine Gedanken mehr drüber. Das ist für uns allgemeines Wissen. Genau, aber da hast du ganz explizit nachgefragt, in meiner Erinnerung. Tatsächlich so nachgefragt, ist das jetzt so rum oder so rum? Weil am Anfang war es so ein Satz, wo es nicht ganz eindeutig war und dann kam auch die Korrektur, nee, nee, natürlich spart ich zuerst die Tür auf und dann gehe ich rüber. Und das ist schon faszinierend, dass es anscheinend auch funktioniert, halt so ein allgemeines Verständnis halt, wie man Probleme lösen kann, in welcher Reihenfolge man Aktionen lösen muss, um auch solche räumlichen Probleme zu lösen, aus halt großen Textmengen lernen kann. Das finde ich eigentlich faszinierend. Das finde ich auch sehr faszinierend. Glaubst du, das ist der Weg? Man spricht ja immer da, du hast ja, glaube ich, von starker und schwacher Intelligenz gesprochen, manche sagen generelle künstliche Intelligenz. Glaubst du, die Sprachmodelle sind da der Weg dahin? Weil für mich, also die meisten Machine Learning Methoden, künstliche Intelligenz Methoden, Bilderkennungen und so weiter, oder Spracher, also Erkennung von natürlichen Worten und Sprache, das sind ja sehr, 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 oder diese Go-Spieler, sehr, sehr fachspezifische Eigenschaften, wo ich irgendwie eine gute intuitive Zugänglichkeit dazu habe, dass die Systeme das schnallen. Deswegen hat mir das auch so umgekaut, dass da irgendwie ein Vorstellungsvermögen plötzlich entsteht, aus einem eigentlich vom Prinzip ja genau exakt gleichen System, ist ja noch nicht mal eine sonderlich komplexe Architektur, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, also vielleicht noch kurz zur Architektur. Ich sage mal, bei dem JetGPT gibt es zwei wesentliche Komponenten. Das eine ist halt diese GPT-Komponente, Generative Pre-Train Transformer. Da steckt schon halt viel Entwicklung drin, muss man sagen. Das ist also die Erkenntnis, kam so 2017 heraus, dass diese Aufmerksamkeitssteuerung bei Textverarbeitungsaufgaben, also bei Attention is all you need, so hieß das Paper, ja genau. Das hat damals so eines der bahnbrechenden Papern im Bereich Deep Learning. Das ist eine wichtige Komponente bei der Verarbeitung von Texten, dass wir uns eben fokussieren können, auch auf relevante Textteile. Die andere Komponente, die hier noch drin ist, ist halt das Reinforcement Learning. Das eben halt, das sollte ja ein Dialogsystem werden. Das sollte nicht einfach nur Texte fortsetzen, sondern es sollte Texte so fortsetzen, dass halt ein Mensch zufrieden ist, dass er sagt, okay, das ist für mich eine Antwort. Und da wurden halt eben halt auch, oder auch viel, ja, Gehirnschmalz reingesteckt, sage ich mal, aber auch Standardtechniken verwendet, Reinforcement Learning, dass man dem System mehrere Antworten zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, das ist die erste Antwort, also die würde ich am ehesten hören wollen, die weniger und die, die gar nicht, die möchte ich gar nicht hören. Das heißt aber, da waren dann tausende von Menschen da gesessen und haben Antworten berurteilt. Da war nochmal, oder war das jetzt übertrieben viel, oder? Da war nochmal tatsächlich halt auch ein Teil dabei, wo Labeling notwendig ist, sagt man beim Machine Learning halt, also wo halt Menschen halt labeln mussten, diese Antwort ist besser als diese Antwort, wenn diese Antwort ist besser als diese Antwort. Also das ist so halt diese, ja, diese beiden wichtigen Komponenten. Deine Ursprungsfrage war aber? ATI, generell die künstliche Intelligenz. Genau, also ich habe das Buch jetzt auch genannt, die Halbstarken sind da. Genau, weil du hast ja vorhin gesagt, ja, es gibt ja schon sehr, sehr lange halt solche Systeme, wie Go-Spielende Systeme zum Beispiel. Ich nenne die immer ganz gerne Fachidioten. Ja, deswegen habe ich das Wort auch. Ja, genau, das sind im Grunde genommen halt Spezialsysteme, die ein Problem gut lösen können. Genau, und deine Ursprungsfrage war ja auch, können wir sozusagen, oder ist das ein Weg halt zu dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz? Ist das ein gangbarer Weg? Und man stellt schon fest, wenn man halt sich mit ihm unterhält, es kann vieles, man ist oft überrascht, ach guck mal, das hat räumliches Vorstellungsvermögen, ja. Ach guck mal, Chat-JPT kann für mich Programme schreiben, programmieren, ja. Es kann mir einen Dialog umschreiben in einem anderen Stil. Aber es kann noch viele Dinge nicht, die dabei herauskommen bei den Dialogen. Und trotzdem würde ich so einordnen, das ist irgendwo so jetzt dazwischen, zwischen einem Fachidiot und so einer allgemeinen künstlichen Intelligenz. Deswegen habe ich gesagt, das ist so ein halbstarker. Weil es gab diese Taxonomie, oder bisher gibt es diese Taxonomie, es gibt schwache und starke Karten. Ja, genau. Ich finde das ohnehin schwer, das zu beurteilen. Ich meine, wenn man Intelligenz beurteilen will, ist das schon mal schwer. Was ist jetzt intelligent, was ist nicht intelligent, keine Ahnung. Wenn ich mir manche Menschen anschaue, frage ich mich, und umgekehrt geht es wahrscheinlich genauso. Genau, für andere bin ich auch selber ein Fachidiot. Und dann waren immer solche Definitionen, die man in den Textbüchern gelesen hat, naja, eine künstliche Kennz ist das, wenn es Dinge machen kann, zum Beispiel, die der Mensch gerade eigentlich noch besser kann. Und jetzt dreht sich das ja schon seit ein paar Jahren um. Jetzt haben wir Bilderkennungen, die eigentlich besser Dinge erkennen auf Bildern als Menschen, je nachdem, um was es geht. Aber da gibt es ja viele Beispiele aus Krebstherapie und weiß Gott wo, wo man wirklich tolle Dinge erreicht hat damit, wo man also in fachspezifischen Dingen da ganz toll wird. Und dann hat man aber immer nur das Gefühl, das ist ein Fachidiot, das ist kein Problem. Und dieses Chat-GPD, das hat für mich das erste Mal diesen Effekt gehabt. Die Kommunikation damit war nicht so wie mit dem Werkzeug. Davor waren es immer Werkzeuge, mit denen ich kommuniziert habe, die ich trainiert habe, die ich genutzt habe. Und da kam jetzt so dieses, und das war fast ein unangenehmes Gefühl im ersten Moment, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich dem halt wirklich so kommunizieren kann, wie mein Gegenüber, mit dem ich jetzt mit dir zum Beispiel diskutiere, und der fängt an, mir eigentlich auf eine eigene Art und Weise zurückzudiskutieren. Ja, ja. Es ist schon, also würde ich sagen, ein, du hast gerade auch gesagt, es gibt viele Komponenten halt. Also ich sehe es, ich sage mal ganz allgemein so. Also es gibt halt Modelle, wie du zum Beispiel gesagt hast, im Bereich der medizinischen Bildverarbeitung. Das heißt, ich zeige dem halt ein Bild und da kann man sagen, ist es pathologisch, ist es krankhaft oder nicht. Bild geht rein, Klassifikation kommt raus. Wir haben jetzt andere Modelle, da geht, ich sage mal, ein Text rein und ein Bild kommt raus. Das sind diese Text-, diese Bildgeneratoren wie Deli, Zwei oder Midjourney, Playground AI, habe ich schon mal genannt. Es gibt, andere Modelle gibt es schon länger, da gibt ein Text rein, ein Text auf Italienisch und ein Text auf Französisch kommt raus. Sequence to Sequence. Und so kann man es generell sehen, es gibt heute viele Bausteine, wo man echt überrascht ist über die Leistung. Ich sage mal, das ist wie so eine Wahrsagerkugel. Ich gebe was rein und der macht mir irgendeine Form von Prädiktion. Ein Bild kommt wieder raus. Diese verschiedenen Sensormodalitäten sind fast austauschbar. Also man kann auch heute ein Bild reingeben und ein Text kommt raus. Was ist denn da in dem Bild zu sehen? Und jetzt haben wir hier eine Komponente sozusagen, Text geht rein, Text kommt raus. Und das kombiniert mit den anderen Bausteinen könnte schon ein interessanter Weg sein, um eine generelle oder noch eine stärkere künstliche Intelligenz zu bauen. Ich glaube aber, es fehlt noch eine wichtige Komponente und zwar die Aktorik. Da gibt es ja diese Embodiment-These, oder? Die eigentlich sagt, dass eine KI ohne Körper nie so denken kann wie ein Mensch mehr oder minder. Ist das ungefähr? Genau, also es ist so ein Klassiker, gibt es auch viele prominente Forscher, die diese These sehr stark vertreten, dass man sagt, okay, wenn man wirklich so eine menschenähnliche Intelligenz haben möchte, so eine allgemeine Problemlösefähigkeit, dann braucht eigentlich auch die KI einen Körper, damit sie Erfahrungen halt in der realen physischen Welt sammeln kann. Also du musst sozusagen halt auch einfach mal das, was wir gerade besprochen haben, einfach lernen, ich kann den Raum nicht wechseln, wenn die Tür verschlossen ist. Ich muss die Tür erst aufmachen, also die Klinke runterdrücken. Und wenn ich die Klinke runterdrücke halt und es geht aber nicht auf, dann muss ich vielleicht zum Schlüsselkasten rennen. Viele Dinge, über die wir nicht mehr nachdenken halt, weil wir schrittweise über viele Jahre so aufwachsen. Und das ist glaube ich halt, also die Embodiment-These sagt sozusagen, wir werden das nie schaffen halt, durch Sprachmodelle im Grunde genommen, so ein Gehirn, was halt wie so ein Reagenzglas da sitzt. Und ja, es hat keinen Körper, es kann keine Erfahrungen sammeln. Und da war ich ein bisschen überrascht, dass es doch eben halt einige Probleme, die räumliches Vorstellungsvermögen benötigen, lösen konnte. Und ich glaube aber, es wird noch deutlich besser werden, wenn man halt auch Systeme hat, ich sage mal so einen Roboter, der lernt eben halt mit seiner Arktorik halt, wie er die Welt verändern kann. Also wenn er sozusagen Dinge lernt zu greifen, aufzuheben, sich aufzurichten, zu gehen, wenn du zum Beispiel zwei Beine hast oder was auch immer für eine Arktorik hat. Und dann kann er auch diese Konzepte, die in den Texten drin sind, nachvollziehen halt, dass man, ja, was es heißt hinzufallen, ja, wir machen diese Erfahrungen halt, weil wir einen Körper haben. Das tut weh halt und es bedeutet halt, dass sich meine Perspektive schlagartig ändert und meine Erhebung. Ganz interessant, wie du da drüber sprichst, finde ich, gerade im Moment. Das hat ja eher jetzt sowas wie von einem kleinen Baby, von dem man spricht, wenn es laufen lernt quasi. Also da ist das Gehirn ja auch da und dann kommen die ersten Erfahrungen. Das hat sich gerade ganz ähnlich angehört für mich, wenn sich so ein Roboter aufrichtet und so weiter. Ja, ich glaube auch, wäre das dann das Niveau, auf dem wir stehen, Säuglingsintelligenz, also hinsichtlich der Anders dargestellt. Ja, wenn man jetzt mal überrascht ist sozusagen, was, also alle Welt ist überrascht, was ChatGPT jetzt alles kann. Auf der anderen Seite ist es sehr ernüchternd, was wir halt aktorisch halt mit Robotern bisher hinbekommen. Wenn man da mal reinschaut in die Forschung, das sind meistens Prototypen, die in den Forschungsinstituten rumlaufen und die nie umfallen dürfen. Ich hatte ein Video gesehen von einem Roboter, der tatsächlich auf Befehle irgendwie so eine Dose vom Tisch greift und zum Beispiel in den Müll wirft, in einer menschlichen Umgebung. Also das war wirklich die Cafete da vor Ort. Das hat funktioniert, aber es war natürlich ein Greifarm auf einer festen Plattform, der sich bewegt hat. Und das meinst du, das sind zu große Einschränkungen? Ja, es ist dann halt eine Bewegung, die vielleicht auch durch maschinelles Lernen halt optimiert wurde und vielleicht erst mal so grob vorgegeben wurde, so ein Teaching in. Und dann wird es optimiert, das zu greifen, vielleicht auch über noch eine Kamera, über einen sensorischen Input. Wie muss ich dann den Aktor bewegen, damit ich dann halt dann irgendwann mal was spüre zwischen den Fingern. Aber ich glaube, wenn du breites Weltwissen sammeln möchtest, dann muss eben auch der Roboter halt nicht nur eine Bewegung halt lernen dürfen, sondern er muss sich halt eben bewegen dürfen durch den Raum. Er muss lernen können, es nennt sich Affordance Learning. Was kann ich denn mit den Dingen machen? Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier so ein Glas habe, das kann ich halt mit einer Flüssigkeit füllen, ich kann es zum Trinken verwenden, aber ich könnte es halt auch eben missbrauchen für andere Dinge. Ich habe gewisse Assoziationen, was ich damit machen kann. Also wenn mir das Gespräch nicht mehr gefällt, kann ich dir das an den Kopf werfen. Oder wenn plötzlich jemand reinkommt, werbe ich es halt gegen die Tür. Ja, ich nutze es. Was auch immer. Diese Affordances, also diese Möglichkeiten, die Objekte einem anbieten, dass Roboter das auch lernen können. Das finde ich eine sehr interessante und auch notwendige Richtung, in der halt die Forschung, die KI-Forschung halt gehen sollte. Es basiert dann drauf, die Konzepte der Dinge zu begreifen. Also es ist ein Glas, das hat tolle Sondereigenschaften, aber im Wesentlichen ist es auch so viel wie ein Stein. Ja, genau. Ich kann damit auch Musik machen, ja. Am Ende wäre es sogar ein Musikinstrument. Also es hat viele, viele konzeptionelle Eigenschaften, die man lernen kann. Das ist total interessant für mich. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es auch manchmal erschreckend. Es gab ja jetzt auch diesen Aufruf, irgendwie sechs Monate nicht mehr zu forschen. Was hältst du da davon? Ganz konkret. Und man merkt, glaube ich, dass die Diskussion über die Auswirkungen und wie wir uns KI wünschen, ein bisschen nachhinkt. Also die Welt ist ein bisschen überrascht. Auch viele Wissenschaftler sind überrascht. Nicht nur Laien, sondern auch Wissenschaftler sind überrascht. Ja, wir alle hier, glaube ich. Wir alle, selbst Linguisten. Ich habe gestern noch einen Vortrag gehört von der Stanford University, von einem NLP-Forscher dort. Und der war auch überrascht, sozusagen. Es hat sich schon angebahnt in den letzten Jahren. Also diese Large Language Models gibt es schon länger. Auch die Erfolgshistorie der GPT-Modelle ist ja GPT-3 und nicht... Ja, genau. Jetzt sind wir über GPT-4 und ein paar Jahre reden wir über GPT-8 oder so. Aber das hat schon halt viel überrascht. Und da merkt man halt auch gerade halt so in der breiten Masse, glaube ich, in der Gesellschaft, ist, diese Diskussion hinkt so ein bisschen hinterher. Oh, ach du grüne Neune, was machen wir denn jetzt? Also jetzt kann zum Beispiel, haben wir mal in dem Buch heraus so einen fiktiven Dialog. Da muss sozusagen halt ein Chatbot wird angewiesen, einem Callcenter-Mitarbeiter zu kündigen. Fies. Fies, ja. Genau, einfach mal gucken halt, wie macht der das? Aber sozusagen, es gibt sozusagen irgendwelche Berufsfelder, wo man sagen könnte, das könnten wir jetzt vielleicht auch automatisieren. Ja, ja. Die Kundenanfragen, so Standardanfragen, bis irgendwie wir mal merken, aha, der Kunde ist nicht mehr zufrieden, der schaltet mal weiter an den Menschen, der muss nochmal genauer hinschauen. Aber sozusagen halt das 90 Prozent der Kundenanfragen kann man schon mal automatisch mit einem Chatbot beantworten, dann würden ja plötzlich viele eben halt ihren Job verlieren. Und viele dieser Punkte, ich sage mal, wurden bisher immer sehr einseitig diskutiert oder in der Gesellschaft, würde ich sagen, oder sehr einfach auch halt in Filmen, ja, Transfiction-Filmen einseitig dargestellt. Meistens ist es die Vernichtung der Menschheit. Es gibt aber auch, glaube ich, Möglichkeiten, ja, die sich da geben könnten halt, was man Gutes damit machen könnte mit künstlicher Intelligenz. Ich glaube sozusagen halt, also sechs Monate sich zurücklehnen und mit der Forschung sein lassen, das wird wahrscheinlich in der Praxis nicht passieren. Dafür ist da jetzt gerade sehr viel Konkurrenzdruck halt auch zwischen den großen Tech-Konzernen halt. Ja, vor allem, ich finde, als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, naja, jetzt bin ich kein Experte, aber ich könnte dann auch weiter damit spielen, die sechs Monate lang. Das Zeug ist ja verfügbar, es ist nicht unmenschlich schwer. Die größte Hürde ist ja momentan, dass man die Rechenleistung hat vielleicht, um es zu trainieren. Aber das sind jetzt die Hürden, um zum Beispiel eine Atombombe zu bauen, da sind die Hürden deutlich größer. Und das birgt ja vielleicht auch das Gefahrenpotenzial. Im Endeffekt kann man sowas ja als Waffe einsetzen, vielleicht als gesellschaftliche Waffe, keine Ahnung. In einem falschen Social-Media-Kanal, die falschen Filter bei News. Also das sind ja dann auch wirklich ganz, ganz abstruse Wege, wie man dann die Menschheit beeinflussen kann. Das haben wir ja die letzten zehn Jahre gelernt, wie wir unsere Werbung schalten müssen, damit wir uns unserem vermeintlichen freien Willen nach so verhalten, dass wir die Dinge auch kaufen und Geld ausgeben. Also ein Punkt, den du gerade auch angesprochen hast, nicht jeder kann heute diese riesigen Sprachmodelle trainieren. Ich nehme mal kurz Bezug auf den Vortrag, den ich gestern gehört hatte. Der hatte eine witzige Folie, die hieß halt, also es war so ein Abflussdiagramm. Die Frage war, hast du 50 Millionen Dollar und hast du eine Vorliebe für Deep Learning Infrastruktur? Wenn ja, dann baue dein eigenes LLM, Large Language Model. Wenn nein, dann bist du auch in meinem Lager, wo ich bin. Was können wir denn überhaupt heute noch machen? Das heißt also erstmal, es ist schon mal eine interessante Beobachtung. Zum jetzigen Zeitpunkt können nur die großen Tech-Konzerne, die halt Millionen von Dollar halt in das Training von diesen Sprachmodellen stecken, die von scratch wirklich trainieren und die auch betreiben. Ich denke, das wird sich verändern. Also die Modelle werden wahrscheinlich kleiner werden, effizienter werden, halt und, und, und. Das ist eine Entwicklung, die man oft findet. Früher gab es auch nur große Firmen, die hatten die Mainframe-Rechner und es hat lange gedauert, bis in die Home-Computer-Karne. Richtig, richtig. Ja, genau. Also das ist schon, das ist der Status quo. Das kann sozusagen halt nicht jeder. Das ist auch, finde ich, problematisch. Wenn jetzt zum Beispiel OpenAI entscheiden würde, komm, wir schalten das System ab, dann wäre zum heutigen Zeitpunkt plötzlich wieder verschwunden. Ach du meine Güte, das hast du ja noch gar nicht gedacht. Man benutzt es jetzt selber und, oh weia, das könnte jetzt schon, jetzt, so kurze Zeit später schon Auswirkungen haben, wirtschaftliche Auswirkungen. Den Finger theoretisch auf den Knopf, also das werden sie wahrscheinlich nicht machen, weil sie jetzt auch inzwischen damit Geld verdienen. Es gibt ja die ChatGPT-Plus-Variante. Ja, was kann die eigentlich mehr, können wir nachher drüber sprechen. Ja, du hast einen besseren Zugang, also du hast einen stabileren Zugang. Also als ich die Dialoge führen wollte, hat es mich auch irgendwann genervt. Das war dann immer, kennt wahrscheinlich jeder, der sich schon mal mit ChatGPT ein bisschen unterhalten hat. Also mit der kostenlosen Variante geht gerade nicht, out of capacity. Der andere Punkt, den du vorhin angesprochen hast, man kann auch halt Unsinn damit machen. Man kann natürlich dann Fake News erzeugen. Was ich zum Beispiel auch mal jetzt gehört habe, es gab so eine, Microsoft möchte halt in ihre Suchmaschine Bing das integrieren, um, ich sag mal, etablierten Platzhörchen da halt ein bisschen Prozente vom Suchmaschinenmarkt halt abzuzweigen, nachverziehbarer Weise. Oder den Platz, ja. Wir wissen alle, um welche Firma es geht. Und da gab es jetzt also so eine Testvariante für eine neue Variante, die dann halt dann freigeschaltet werden sollte halt. Und da gab es zum Beispiel einen Studenten halt in München, ich weiß nicht, ob du die Geschichte mitbekommen hast. Der war bei den Beta-Testern dabei und der hat auch mal versucht halt herauszufinden, nach welchen Regeln das System funktioniert. Und hat dann halt über, nach einiger Zeit, also hat halt hin und her probiert und hat es dann auch geschafft, dem System das zu entlocken. Nach welchen Regeln halt es antwortet. Also was es zum Beispiel nicht sagen darf. Also es soll sich mal kurz halten, es darf halt niemanden beleidigen und so weiter. Und es hat dann eine Liste von Regeln ausgespuckt. Der Student hat das dann veröffentlicht, ich glaube bei Twitter war es. Und die neue Variante, die ist ja auch in der Lage, ist nicht nur trainiert auf alten Texten, sondern auch in der Lage im Internet halt sozusagen halt wieder neue Informationen zu crawlen. Ist tatsächlich über diesen Twitter-Beitrag von dem Studenten gestoßen und hat dann, das hatte dann die Auswirkung, weil es durfte, das System durfte ja sozusagen halt nichts über sich erzählen, diese Regeln, hat sich dann halt sehr aggressiv gegenüber halt diesem Studentenverhalten. Und ja, und dann fand ich ja interessant, ja, also was könnte das bedeuten, ja? Also wenn so ein Sprachmodell oder so eine künstliche Intelligenz dann auch in der Lage ist, halt halt zu schauen, das schreiben die Leute über mich. Und wenn man dann zum Beispiel solche Systeme verwendet, später zum Beispiel, um sich über Bewerber zu unterhalten. Also hier hast du ein Verzeichnis, guck doch mal da rein, da liegen halt irgendwie die CVs, die PDFs ja von den ganzen Bewerbern. Was meinst du denn, der würde denn auf folgende Stelle bei uns halt gut passen, ja? Und dann unterhält mich mit dem. Und dann könnte es auch passieren, dass so ein System sagt, ja, aber den würde ich auf keinen Fall einstellen, der ist böse, ja? Der plaudert Geheimnisse aus, ne? Also das ist sehr gefährlich. Und da merkt man schon so, da gibt es plötzlich Szenarien, über die hat man noch nie nachgedacht. Vor allem dieses Wissen, was das System da hat dann gegenüber dem Bewerbern, das hat ja kein Personal bis jetzt gehabt. Richtig, ja. Weil du sagst, der ist böse, der gibt böse Antworten, das kann ja kein Mensch eigentlich recherchieren, was da drinnen steckt. Und wenn ein System jetzt männliches Verhalten nachahmt, zum Beispiel, ich bin beleidigt, dann könnte es sogar in so eine Indirektion kommen, wie, ich schlage den jetzt mal lieber nicht vor und erzähle keinem was davon, obwohl der eigentlich von den Qualifikationen super geeignet wäre. Also ich mache den nicht absichtlich öffentlich schlecht, sondern schlage ihn halt einfach nicht vor. Sag also, ne, ich glaube, der passt nicht so gut. Jetzt in diesem Szenario der Personalwahl sind wir dann eigentlich wieder da, wo wir gerade sind. Dass persönliche Belange trotzdem plötzlich eine Rolle spielen. Es fängt ja beim Foto an und hört bei einer gewissen Art zu schreiben auf. Es gibt ja tausend Gründe, warum Lebensläufe bei bestimmten Personen besser funktionieren als bei anderen und so weiter. Und das wäre eigentlich genau das Gleiche. Das wäre eigentlich das menschliche Verhalten nachahmt. Ja, richtig, ja. Nur einem anderen Hintergrund. Der Kontext ist mal ganz deutlich nicht mehr menschlich nachvollziehbar. Exakt, ja. Das System hat gar keine Emotionen, aber es simuliert die menschlichen Emotionen. Der hat was über mich ausgeblabbert und jetzt bin ich beleidigt oder sauer auf den, ich versuche ihm zu schaden. Ihr simuliert einfach das. Also es wird halt dann wirklich gefährlich, sobald ich halt wirklich halt Aktorik auch an solche Systeme kopple. Das heißt, es kann irgendwas machen. Also es kann irgendwas über mich auch schreiben im Internet oder veröffentlichen. Das muss gar nicht halt jetzt irgendwie ein physischer Aktor sein mit einem Endeffektor oder sowas. Also so ein Roboter mit einem physischen Körper, sondern halt es reicht schon alleine, dass es eben halt was im Internet zum Beispiel. Ja, da stellt sich für mich die Frage, weil du sagst, es hat keine Emotionen, was dann eine Emotion ist, weil für den Menschen ist es ja auch nur das, was er wahrnimmt. Oder selber wahrnimmt. Also jetzt sage ich mal, kommt viel dazu bei Menschen, da kommen biochemische Reaktionen dazu, man hat ein Bauchgefühl, man hat hier viel Neuronen verbaut, blöd gesagt. Das hat ja auch viel mit dem Bauchgefühl zum Tun und da kommt einiges dazu, was einen dann auch körperlich schlecht fühlen lässt oder schwach fühlen lässt und so weiter. Sonst endlich ist es aber trotzdem ein Phänotyp, den wir nach außen zeigen. Und wenn jetzt ein, ich sage mal, es gibt ja so autistische Menschen zum Beispiel und die lernen ja mehr oder minder, gewisse emotionale Reaktionen zu zeigen, machen das aber aus rein rationalen Gründen. Also die fühlen sich dann nicht traurig oder beschämt oder was ähnliches, sondern die wissen, jetzt sollte ich mich beschämt verhalten oder traurig sein. Und die kommen ja dann im Leben auch klar, ne? Glück gesagt. Auch wenn man ihnen diese Emotionen nicht zuschreibt, vielleicht ist es ein anderer Typ. Die Frage, die sich mir da stellt, was zeichnet dann, das ist ja dieselbe Frage wie ganz zu Beginn eigentlich auch, was zeichnet dann dann eine menschliche Emotion aus gegenüber einer simulierten Emotion? Und dieselbe Frage ist ja auch, was ist ein simuliertes Bewusstsein und was ist das Bewusstsein, was wir uns zuschreiben, ist das nicht das Gleiche? Ist das nicht einfach das Verhalten, das wir nach außen zeigen? Oder differenzierst du da tiefer? Also bei Emotionen gibt es auf jeden Fall mal diese Verhaltenskomponente, wie du schon gesagt hast. Und auch so ein System könnte dieses Verhalten zeigen. Es zeigt es durch seine textuellen Äußerungen. Ja, also stell den nicht ein oder eben halt, du bist böse, weil du hast was Internes über mich verraten. Aber es gibt ja auch immer diese interne Komponente, diese Erlebenskomponente. Und die würde ich dem System absprechen. Intern heißt körperlich intern, oder? Genau, es gibt also eine physische interne Komponente, also der Herzschlag ist größer und ich schwitze, habe einen Schweißausbruch und meine Wangen werden rot oder so. Und es gibt noch mal diese Erlebenskomponente, dieses Subjektive. Das ist ein vages Feld, wenn man das aufmachen möchte, halt Bewusstsein. Wie hieße das, wenn man jetzt die interne Komponente nachhaben wollte? Da gäbe es ja sicher auch Mittelchen und Wege dazu, es sind sicher keine biochemischen Wege, wenn man jetzt an den Computer denkt. Aber um ein blödes Beispiel zu nennen, dann fahren wir halt die Prozesserspannung runter. Und erhöhen die Fehlerquote, wenn er schlecht drauf ist, was ja so eine Konsequenz wäre, zum Beispiel. Wäre das dann was Ähnliches in dem Bild, was du beschreibst? Vergleichbar? Also von meinem Bauchgefühl nein. Nein, ich bin da voll bei dir, ich finde philosophisch ist das total interessant. Ja, genau. Ja, es ist ein... Das ist irgendwie dieses Zusammenwirken halt mit einer gewissen Zielsetzung. Also Emotionen haben ja, ich sag mal, bei biologischen Systemen halt einen Grund. Und zwar halt, um eben zum Beispiel beim Probehandeln, also wir überlegen, was machen wir als Nächstes, schon eine Vorhersage zu machen mit unserem Weltwissen, was wir uns erarbeitet haben, über Erfahrung halt, wie bewerte ich denn die Folgesituationen? Also ich mache jetzt halt gewisse Dinge nicht, laufe jetzt halt nicht irgendwie halt gegen die Wand, weil es wird mir weh tun, das habe ich mal gelernt. Ich nehme dann doch lieber die Tür wieder. Und das ist ein ganzes System, halt dieses emotionale System, eingebettet in einer kognitiven Architektur bei uns, eben halt mit einer gewissen Zielsetzung. Und jetzt einfach nur sozusagen halt mal die Spannung halt vom irgendwie runterzufahren, das ist irgendwie nicht das... Das hat keine Zielsetzung. Das hat keine Zielsetzung. Also wie gesagt, vom Bauchgefühl her würde ich da... Das Thema absprechen einfach. Ich muss da immer, da bin ich immer von so einer Bewusstseinsdiskussion inspiriert. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Philosophen, Daniel Dennett heißt der, der hat über Bewusstsein geschrieben und der hatte dieses Gedankenexperiment, ich glaube, das verwende ich ganz oft, weil es mir einfach richtig hängen geblieben ist. Wenn da ein Zombie wäre, der sich einfach nur so verhält, als ob er ein Bewusstsein hätte. Und man weiß aber, weil man selber gebaut hat, den Zombie hat kein Bewusstsein. Hat er dann ein Bewusstsein oder nicht? Weil alle Menschen würden mit dem genauso interagieren, als wenn er ein Bewusstsein hätte, auch wenn er es nur simuliert. Und da spiegelt man sich ja dann wieder zurück. Und eigentlich liegt ja die eigene Wahrnehmung nur an einem selbst. Er ist ja nicht gebunden an die Art und Weise, wie das andere funktioniert. Richtig, ja. Das ist ein schweres Problem nach wie vor. Diese Qualia, also diese Erlebenskomponente. Qualia. Qualia heißt es, glaube ich. Genau, ja. Wie kommt das überhaupt zustande? Also wieso sind wir nicht auch einfach alle Zombies, die auch überleben und Nahrung zu sich nehmen? Wieso haben wir diese Erlebenskomponente? Und da habe ich mir auch noch keine abschließende Meinung gebildet. Ja, nee. Wie auch. Ja, wie auch. Ist auch schwer. Ab und zu höre ich ja auch mal da Podcast dazu. Und da kommt auf jeden Fall heraus, dass das ein Thema war, wo man früher, wie haben Sie so gesagt, das war so ein beruflicher Selbstmord, wenn sich ein Psychologe auf das Thema eingelassen hat. Oder auch ein Wissenschaftler. Inzwischen ist es wohl anders. Also inzwischen wird da auch sehr viel geforscht zum Thema. Kein ganz selbstmord mehr. Ja, es ist okay, dieses Thema aufzumachen, aber es ist sehr schwer. Das irgendwie zu fassen. Wie kommt was sozusagen dieses, aus Materie plötzlich halt. Ja, es ist halt, man verliert. Ich finde, ich glaube, was das Thema so emotional macht, ist auch, der Mensch verliert auch was von seinem Feenzauber, von diesem strahlenden Licht, das um die Menschlichkeit herum schwebt. Das geht dann irgendwie verloren. Was vielleicht gar nicht so verkehrt wäre, wenn die Menschen sich mehr als Teil von ihrer Umgebung sehen würden, als, wir sind die Menschen, wir haben hier recht, alle möglichen Dinge zu tun, sei es von der Tierversklavung bis zur Kohleverbrennung, was ja heute eher aktuelle Themen sind. Genau. Das würde vielleicht nicht schaden. Aber im Prinzip gebe ich dir da völlig recht, das zu greifen. Ja. Da sehe ich auch keine eigene Möglichkeit dazu. Ich finde es schon noch, um nochmal kurz den Punkt zu kommentieren, ja. Also unsere Spezies nennt sich selbst Krönung der Schöpfung. Ja, ja, ja. Wie überheblich ist das denn, bitteschön? Ja, ja. Und leitet daraus auch einige Dinge ab. Ja, okay, also Experimente an Tieren sind okay, weil die sind ja auf niedriger Stufe. Vor allem, wenn es kleine Tiere sind. Ja, genau. Umso kleiner sie sind, umso besser geht es. Und da finde ich halt, das ist interessant, auch jetzt halt diese Entwicklung der KI, glaube ich, wird da auch einen starken Einfluss haben halt auf unser Selbstbildnis. Und zwar, man merkt schon so, wenn jetzt zum Beispiel Leute anfangen zu programmieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt halt auch halt bei Erkenntnis Business School mache ich da halt auch noch so ein paar Module und bringe denen unter anderem halt die Datenanalyse Data Science mit Python bei. Und das ist dann halt für viele Leute aus dem kaufmännischen Bereich, die vorher noch nie programmiert haben, ist das ein harter Einstieg. Okay, versuch dir mal Ängste zu nehmen. Okay, du programmierst jetzt mal in Python, lass dich mal drauf ein. Nein, das tut nicht so weh. Und du kommst da schnell rein. Man hat bei Python eine schnelle Lernkurve. Und so nach zwei Tagen habe ich jetzt beim letzten Kursdurchlauf dann mal gesagt, okay, das, was wir uns jetzt erarbeitet haben, das war dann mal Aktienkursdaten mit einer Python-Bibliothek abrufen und visualisieren. Da kommt auch dann auch nochmal ein Buch drin vor. Ja, genau. Daher kam das Beispiel. Das fragen wir jetzt mal einfach mal Chat-GPT. Ich wusste auch nicht, was kommt raus. Kannst du uns mal ein kleines Python-Programmchen schreiben, was einfach halt jetzt eben mal mit irgendeiner Python-Bibliothek halt uns Aktienkursdaten rausnimmt und die auch noch visualisiert. Und dann hatte, klar, kein Problem, hier ist der Python-Code. Und das konnte man so rüberkopieren in ein Jupyter-Notebook und es ließ sich ausführen. Und das sorgte dann auch, habe ich schon gemerkt, so ein bisschen für Ruhe, sag ich mal, im Kurs, wo einige gemerkt haben, Mist, ja, also ich tue mich da sehr schwer als Mensch da reinzukommen. Und für die Maschine ist das irgendwie, ja klar, kein Problem. Ja, kannst du auch noch auf eine andere Art und Weise programmieren oder mit einer anderen Bibliothek? Und da nagt man vielleicht schon auch so ein bisschen wieder halt so an dem Selbstbildnis, um darauf zurückzukommen. Ja, vielleicht sind wir da halt in gewissen Bereichen gar nicht so gut, wie wir uns das vorstellen. Gerade das Chat-GPT kann in unterschiedlichen Programmiersprachen sprechen. Auch Programmiersprachen sind als formale Sprachen auch nichts anderes als Sprachen, Texte. Und man kann auch da lernen, was sind eben halt die nächsten wahrscheinlichsten Zeichen, Befehle, ne? Und da merkt man dann schon, auch sozusagen dieser Siegeszug der KI wird wahrscheinlich einen großen Einfluss haben halt auf unser Selbstbildnis. Damit vielleicht werden wir ein bisschen bescheidener. Ja, dieses Selbstbildnis, da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, die größte Angst, die da immer mitspielt, ist dieses Überflüssigsein. Jetzt geht jemand in so einen Kurs, Zertifikatskurs oder was auch immer, der kennt ein Business School, zahlt einen Haufen Geld dafür, damit er was beigebracht kriegt. Und dann kommst du da her und sagst, das kannst du auch einfach eingeben. Da in diese Engine. Und dann denkst du dir, um Gottes Willen, was passiert denn jetzt gerade hier? Ich denke, ich mache was Gutes, was mich auszeichnet, lerne was ganz total Kompliziertes und kriege gleich mal beigebracht, dass das aber sowieso alles pille-palle ist für die KIs, die da kommen. Ja, also man investiert als Mensch Zeit, um eine Kompetenz zu lernen und denkt auch, man hat dann halt was mehr, was andere vielleicht nicht haben sozusagen, was ein Plus ist, was meine Mobilität auf dem Arbeitsmarkt erhöht. Das tut es auch und ist auch wichtig. Denn man muss jetzt auch gleichzeitig, nach wie vor auch wichtig, denn man muss auch sagen, ich habe zum Beispiel auch ChatGPT verwendet, um die Programmiersprache Go einzuarbeiten. Fand ich mal interessant, weil Go wird so ein bisschen als Nachfolger der Programmiersprache C gehypt oder als das bessere C, das C des 21. Jahrhunderts, obwohl das sind noch ein paar Jahre, bis wir wirklich da ans Ende kommen. Auf jeden Fall habe ich dem auch gesagt, okay, kannst du mir mal ein Beispiel machen? Zum Beispiel jetzt gibt es halt so ein Konzept Go-Routinen und Go-Channels. Und dann hat er auch gesagt, ja, hier hast du ein Beispiel, das ist ein Beispiel übrigens für ein Deadlock. Deadlock ist immer sozusagen, wenn mehrere Programmfäden, Threads versuchen, was eben abzuarbeiten, aber der eine wartet zum Beispiel auf das Ergebnis von A, wartet auf das Ergebnis von B, B wartet auf das Ergebnis von A und dann hat man so eine Papp-Situation, es geht nicht mehr weiter. Und da sieht man, dass der auch Fehler macht, denn das Beispiel, was er zum Beispiel produziert hat, ich habe das ausgeführt, war kein Deadlock. Man kann ihn dann darauf hinweisen oder das System darauf hinweisen, du, das stimmt gar nicht, ist gar kein Deadlock gewesen. Und dann antwortet er auch immer, ja, stimmt, danke für die Korrektur und so weiter. Das heißt, man muss an vielen Stellen, muss man schon auch jemanden noch überprüfen, ist das richtig, was er mehr da produziert oder geht das überhaupt in die richtige Richtung. Es ist für mich auch nur ein Werkzeug, zum Beispiel, um Programmieren zu lernen. Das ist jetzt ein hilfreiches Werkzeug, gerade für Programmieranfänger. Du musst aber auch immer noch mal überprüfen, stimmt das, was er da sagt? Sicherlich ist es ein Werkzeug, das stimmt. Aber die Richtung, die vorgeben wird, ist eindeutig. Ich meine, ich muss ja da von meinem eigenen Beruf aussprechen. JetGPT 5 wird sicherlich Videos produzieren können, die meine Vorlesungen locker ersetzen könnten. Vermutlich. Vielleicht JetGPT 6. Keine Ahnung, was weiß ich. Da können wir jetzt drüber diskutieren, aber eigentlich sind alle, ich sage mal, Bausteine, du hast ja vorhin genannt, die Bausteine sind eigentlich vorhanden, wir können eigentlich wunderschöne Bilder, wir können auch Videos generieren. Das muss nur alles nur ein bisschen besser zusammenlaufen, die Schmeidiger funktionieren, vielleicht größer werden. Es scheinen nicht mehr diese großen, unüberwindbaren Hügel da zu sein, über die man nicht drüber schauen kann. Man hat jetzt das Gefühl, man sieht so eine Landschaft und weiß, wo man hin will. Und hier gibt es sich einen Weg. Schreit erreichbar. Ja, ganz genau. Und das, die Konsequenz, und ich denke, das wird auch eintreten, ist, dass man halt am Schluss das, was, vielleicht legen wir zu viel Wert auf das, was wir tun oder das, was wir können. Wie du sagst, das Selbstbildnis muss sich ändern. Vielleicht sollte das auch zur Konsequenz haben, dass wir am Ende weniger arbeiten. Ganz, ganz profan gesagt. Wenn man so ein System hat, ist das einfach wohlführt. Und da, das zeigt sich für mich aber auch, ein Teil dieses Selbstbildnisses ist gerade scheinbar ganz, ganz viel die Arbeit bei ganz, ganz vielen Menschen. Arbeit und Können, was da im Mittelpunkt steht. Ein Teil, oder ein größerer Teil wird sicherlich in der nächsten Zukunft halt immer weiter automatisierbar, werden, Dinge, die heute nicht automatisierbar sind, genau. Das wird sicherlich dann auch zum gesellschaftlichen Wandel führen. Ich bin total neugierig, was da passiert. Genau, ja, es ist schwer zu postulieren, ja, vorher zu sagen, was da passiert. Du hast ja, du hast ja Chat-GPT gefragt nach der Zukunft mal, ne. Das waren dann auch, das waren tatsächlich diese Standardsätze, die sich dann irgendwelche, da habe ich das Gefühl gehabt, das kam irgendwo von diesen, diese Standardsätze über die Zukunft. Wenn man eine Menge von Textes gelesen hat, Kernfusion zum Beispiel, da werden wir vielleicht Fortschritte machen, vielleicht kriegen wir das hin. Also Kernfusion ist auch ein tolles Thema. Was mir an Kernfusion so fasziniert ist, dass man so lange an was forschen kann, ohne noch zum Ergebnis zu kommen, momentan gerade, weil so viele Technologien einfach noch zu unterentwickelt waren müssen. Das ist absolut faszinierend. Was mich ein bisschen irritiert ist, ein bisschen dieser Hype um Kernfusion, das ist vielleicht bei KI vielleicht was Ähnliches, wobei, da sehe ich es anders, aber bei Kernfusion, da hat man immer dieses Sonnenfeuer auf Erde und alle Energieprobleme sind gelöst, aber genauso ist es nicht. Die Fusionskraftwerke werden unerschwinglich teuer sein, bevor da irgendwann mal Energie produziert werden kann für die große Allgemeinheit. Bei KI sehe ich den Punkt halt ein bisschen anders angehaucht, weil diese Geldmengen, da geht es nicht um 50, 100 Milliarden momentan, sondern es geht jetzt schon nur um 50 Millionen mit dem Haken dran, naja, außer du nimmst halt ein vorgefertigtes Modell und trainierst vielleicht bloß ein bisschen nach oder so, dann tun es vielleicht auch ein paar Tausend Euro oder vielleicht dein Laptop auf dem Küchentisch. Und das zeigt mir, dass diese Wende eigentlich näher steht wie jetzt das, was die Fusion vielleicht ist, als wenn die verspricht mit der Energie. Wobei mal den Satz, den du vorhin gesagt hast, da wurde halt viele Jahrzehnte geforscht, ohne dass so etwas rauskam. War ja jedes Gleiche. Das ist eigentlich fast dasselbe. Also wenn man überlegt, wie viele KI-Projekte gestartet wurden, wie viel Geld da reingefüttert wurde halt in 50er, 60er, 70er, 80er Jahren bis eben vor kurzem, ich sage mal, 2011, 12, boomt das Thema erst. Wir haben ja erst so eine Dekade erst, wo es richtig gut funktioniert. Wollen wir auch sagen, Wahnsinn, wie lange wir gebraucht haben, bis wir so ein paar einfache Aufgaben lösen konnten. Und das ist also wirklich so eine Geschichte, die sich da auch wiederholt. In den 50er, 60er Jahren gab es Projekte, zum Beispiel das Summer Vision Project, war mal so ein Proposal, das zeige ich den Studenten auch ganz gerne in der Folie, so ein Computer Vision. Guck mal hier, das war ein Proposal, ich weiß nicht mehr genau, an welchem Jahrzehnt das war, 60er oder 70er Jahre. Da hat man sich auch überlegt, ja, wir nehmen ein paar Studenten und ein paar wissenschaftliche Mitarbeiter und ein paar Profs und dann machen wir so ein schönes Sommerprojekt halt, war an irgendeiner Uni halt in den USA. Und wir bauen dann halt ein System, Kamerabild geht rein und das sagt uns dann halt eben halt, was in der Szene zu sehen ist. Und das hat eben, tatsächlich haben wir das eigentlich erst so seit circa zehn Jahren halt einigermaßen halt geschafft, immer noch nicht komplett zufriedenstellend. Und das ist also ein Muster. Also wir unterschätzen halt systematisch immer, wie schwierig halt auch gewisse kognitive Leistungen sind. Und das hat man auch im Bereich der Robotik, ne, im Bereich der Robotik, ich habe eine Veranstaltung, mobile Roboter, da zeige ich auch ganz gerne am Anfang mal auch so halt schwarz-weiß Videos. Guck mal hier, so hat man sich das auch in 50er Jahren vorgestellt. Die Frau sitzt dann halt im Wohnzimmer und dann klingelt es halt vorne halt an der Tür und der Roboter geht zur Tür, nimmt das Paket entgegen, ne, also ist in der Lage, sich durch einen Raum zu bewegen und dann noch mit dem mal zu sagen, Dankeschön und ja, ich übergebe es dann halt. Das haben wir auch halt alles systematisch unterschätzt. Das stimmt. Der Knoten, der erscheint erst seit zehn Jahren geplatzt. Also bei mir ist der erste Knotenplatz, da ich irgendwann mal so eine Alexa aus Jux gekauft habe und mir gedacht habe, abgefahren. Das funktioniert ja wirklich. Und dann sind bei mir so die Visionen losgerattert. Na, wenn ich jetzt irgendwann mal einen alten CD-Player auspacke, dann wird mein Sohn wahrscheinlich in das Ding reinsprechen und sich wundern, warum es nicht losgeht oder sowas. Es ist ja jetzt schon so, dass die Kinder immer auf den Fernseher tatschen und die Frage aufkommt, na, wieso kann ich das jetzt nicht nochmal anschauen? Das ist Fernsehen, aber das ist ganz normal. Ich glaube, das ist die ganz normale Entwicklung, die da voranschreitet. Aber für mich war das so ein Knoten. Wir waren neulich im Urlaub und auch drei Kinder und da sind wir ins Hotelzimmer und dann hat auch einer gesagt, Alexa, spiele Musik ab. Wir sind so dran gewöhnt, an die Präsenz in der Früh. Man macht nicht eine Radio an, sondern man sagt, ey, Google, mach irgendwas. Spiel mir das, was ich will. Finde ich so interessant, was jetzt schon passiert ist. Wobei ich da hoffe, dass möglichst schnell halt so interessante Assistenten, also interessantere Assistenten kommen, weil das ist schon noch sehr nervig, wie man mit der Alexa agieren muss. Sie hat eben keinen Kontext. Man kann keine Dialoge führen. Ich habe schon gesehen, es gibt schon unsere erste Mods, dass man solche Skills baut, um das mit dem Chat-GPT zu verknüpfen. Aber ich denke mal, das wird auch irgendwann in naher Zukunft als ein Produkt rauskommen. Ich wollte gerade sagen, das wird nächstes Jahr, übernächstes Jahr, keine Ahnung. Das ist ja jetzt für so jemanden wie Amazon oder Google gar kein Problem, das quasi nützbar zu machen. Das wird die Kommunikation vereinfachen. Naja, schlussendlich war es aber natürlich auch nüchtern. Also es ist wirklich toll und praktisch zum Musik machen. Das ist eine ganz tolle Sache. Und Licht an- und ausschalten, wenn man es vielleicht automatisiert hat, ist auch ganz nett. Und den Fernseher an- und ausmachen. Alarm setzen beim Kochen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Aber am meisten verwende ich es immer nur als Eieruhr, die man einfach so stellen kann nebenher. Ist auch super praktisch. Sind alles Kleinigkeiten. Und ich glaube, da war der Durchbruch auch bloß dem Preis geschuldet, dass es einfach überall erschwinglich sein kann. Und das ist ja auch vielleicht ein Grund für den Durchbruch von diesem Hype um Chat-GPT, dass es einfach kostenlos ist, öffentlich zugänglich oder unglaublich günstig verwendbar ist. Weil ich glaube, das ist ja wie mit komplexen Vision-Systemen. Die gab es schon vorher, aber die einzusetzen war einfach immer noch viel, viel teurer. Das hat sicherlich auch mal einen preislichen Aspekt an der Sache. Ich habe noch vielleicht ein paar technische Fragen. Was sind denn für dich Kernelemente von Deep Learning? Was macht das so erfolgreich? Also Deep Learning bedeutet ja eigentlich heute, soweit ich das interpretieren muss, wir haben ein großes neuronales Netzwerk und das ist runtergebrochen. Eigentlich nichts anderes wie eine große Anzahl vieler Zahlen, die ich miteinander multipliziere und summiere. Punkt. Und trotzdem funktioniert es. Wie siehst du das? Ja. Also ich finde, man darf nicht verleugnen, wo die Ideen herkommen für diese Lösungen, die doch jetzt plötzlich so gut funktionieren. Für die Verarbeitung von Texten und Sprache halt, also Audiosignalen halt oder Bildern. Und die kommen eben, wir haben uns abgekupfert von Prinzipien der menschlichen Informationsverarbeitung. Es gab das schon in den 60er Jahren von Hubble und Wiesel. Die haben mal einen Nobelpreis dafür bekommen, die Erkenntnisse, wie unser visuelles System funktioniert. Die haben sich eben in der visuellen Kortex von Katzen halt, haben die einfachen Zellen und die komplexen Zellen gefunden und die Wissenschaftler haben es dann aufgegriffen. Der Kunihiko Fukushima, japanischer Forscher, hat das Cognitron und das Neocognitron Anfang der 80er Jahre gebaut. Das waren Vorläufer von den Convolutional Neural Networks, die dann so in den 90er Jahren von Yann LeCoin und so weiter entwickelt wurden und jetzt erst richtig Durchbruch bekommen haben. Das heißt also, Deep Learning ist für mich schon eben halt ein Bereich, der eigentlich sehr stark inspiriert ist halt von dem biologischen Vorbild. Denn das sind zum Beispiel Prinzipien, also diese Simple Cells, Complex Cells, die baut man eins zu eins so nach. Die Simple Cells, das sind quasi die Convolutional Layer. Das sind einfache Merkmalsdetektoren, die sich einen kleinen Bereich des Bildes anschauen und lernen auf Merkmale eben halt anzuspringen, die zum Beispiel klassifikationsrelevant sind. Wenn ich also zum Beispiel Tulpen von Rosen unterscheiden möchte, dann sind das andere Merkmale, als wenn ich jetzt halt irgendwie Personen von Autos unterscheiden möchte. Und diese Pooling Layer, der Witz, das ist im Grunde genommen das, was wir vorher schon gesehen hatten bei den Complex Cells, was auch die Natur vormachte, dass man so eine Translationsinvarianzleistung einbaut. Das ist mir eigentlich egal, wo genau jetzt diese Bildstruktur ist. Hauptsache es ist da, Hauptsache da ist ein Rad, da ist irgendwas Rundes, dann könnte es ein Auto sein, ein Indiz, ein Hinweis, ein bisschen Evidenz dafür. Also das ist für mich zum einen halt Deep Learning, das heißt, wir gucken uns viel ab von den Neurowissenschaften, vom biologischen Vorbild. Das andere ist, heute sind wir aber auch, lösen wir uns immer weiter davon, man könnte sagen, heute ist Deep Learning parametrisierbare lineare Algebra mit vielen Schichten, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Das ist meine Wahrnehmung. Im Grunde genommen sind das nachher am Ende nur irgendwie Matrizenmultiplikationen. Das ist das, was in den Convolutional Layern wesentlichen passiert. Matrizenmultiplikationen, das ist das, was die ganzen AI Accelerator, die Hardwarebeschleuniger für künstliche Intelligenz im Wesentlichen machen. Die klingen so hochtrabend, AI Accelerator, du kannst schnell Matrizen multiplizieren, kannst du schnell CNNs mit ausführen. Richtig, daher kommen die ja aus der Welt der Spiele. Bei Spielen hat man das schon immer gebraucht, wenn man 3D-Geometrien darstellen will, das läuft alles über Matrizen. Deswegen konnten es die Grafikkarten schon, bevor man es für künstliche Intelligenz braucht hat. Also in dem Sinne, ich glaube, da sind auch einige Konzepte, die wir uns auch noch zusätzlich abgeguckt haben. Nicht nur für die Bildverarbeitung, sondern auch jetzt für die Sprachverarbeitung, dieser Attention-Mechanismus. 2017, dieses Paper, Attention is all you need, hat das eben sehr stark postuliert. Gibt es da auch Parallelen zu neuronalen Konzepten? Ich denke generell, unsere kognitive Architektur, die wir als Menschen oder auch Tiere verwenden, hat ja eine Aufmerksamkeitssteuerung. Also da passiert gerade irgendwo was im Hintergrund, aber ich bin jetzt halt auf unser Interview halt hier konzentriert. Ich nehme, also das ist Input, der wird wahrgenommen von meiner Netzhaut, aber sozusagen halt meine kognitive Architektur hat eine Aufmerksamkeitssteuerung und sagt, egal was jetzt passiert, wenn ein Vogel vorbeifliegt, ich rede jetzt mit dem Jose. Dieser Attention-Mechanismus, der ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Wenn man das jetzt mal so weiterspinnt, dann merkt man auch schon so ein bisschen, meines Erachtens, wohin die Zukunft geht bei den KI-Systemen. Und zwar geht es immer weiter, meines Erachtens, in Richtung kognitive Architekturen gehen. Wir haben uns hier zu Einzelteile abgekupfert, zum Beispiel eben halt das einfache Neuronen-Modell. Das hat schon Frank Rosenblatt in den 50er Jahren sich genommen, okay, halt also Neuronen, so ein biologisches Neuron kriegt viele Input-Signale, hat eben halt so etwas wie eine Aktivität und hat aber auch so ein Schwellwertverhalten, das bauen wir nach. In der Bildverarbeitung haben wir uns da Dinge abgeguckt. Jetzt gucken wir uns diesen Aufmerksamkeitsmechanismus ab und der führt zu wahnsinnig tollen Ergebnissen bei einer Textverarbeitung zum Beispiel oder generell Zeitreihenverarbeitung. Und ich glaube, da sind noch einige andere Konzepte, die wir uns da abschauen werden. Also wir haben zum Beispiel auch immer so etwas wie nur einen Zwischenspeicher, unser Kurzzeitgedächtnis. Wir können uns mal kurz was merken halt. Wir haben ja irgendeine kognitive Aufgabe, die wir gerade erledigen. Da ist es wichtig, sich mal kurz irgendwas zu merken. Und im akuten Speicher zu halten. Im akuten Speicher zu halten, genau. Und jetzt sind das oft so End-to-End-Systeme, sagt man. Die werden End-to-End trainiert. Und man steckt vorne ein Bild rein, hinten kommt ein Bild raus. Ich stecke vorne ein Text rein, hinten kommt ein Text raus oder sowas. Immer so halt X wird auf Y abgebildet. Ich glaube aber, es wird mehr halt in Richtung iterative, kognitive Architekturen geben. Zum Beispiel ein System, was kriegt ein Bild rein, guckt sich das Bild an und sagt, okay, ja, aber mein erstes Ergebnis ist, das könnte eine Straßenszene sein. Aber sozusagen jetzt in einem weiteren kognitiven Zyklus halt. Ich kann mir dieses Ergebnis, Berechnungsergebnis vielleicht ablegen. Sowas zum Beispiel wie im Kurzzeitgedächtnis. Denke ich mal nochmal drüber nach, ob das wirklich eine Straßenszene ist oder ob das vielleicht halt eben... Diese zeitliche Komponente ist ja noch völlig außen vor bei den jetzigen Modellen. Ja, genau. Es gibt doch diese Spiking Neuronal Networks. Die versuchen die Neuronen noch genauer nachzuahmen. Da werden dann einzelne Pulse tatsächlich übertragen und haben auch eine zeitliche Komponente. Finde ich auch hochinteressant. Gibt es da neue Ergebnisse? Keine Ahnung, ob du die da auskennst. Der Spiking Neural Networks-Ansatz, das war immer wie so ein bisschen ein paralleler Ansatz. So eine Abzweigung, auf der sich, ich sag mal, halt deutlich weniger Leute getummelt haben. Deutschen Puls verarbeitende neuronale Netze. Aber es gab auch ein paar Wissenschaftler, die das hauptsächlich gemacht haben. Und da gibt es auch ein paar Bücher, gab es da auch zu Spiking Neural Networks. Die haben natürlich halt erstmal, das ist auch ein bisschen mehr an der Schnittstelle, ich sag mal, der Neurowissenschaften halt und der Informatik. Wo man sagt, okay, wir wollen auch das menschliche Gehirn verstehen, deswegen versuchen wir es halt genauer nachzubauen. Wir haben genauere eben halt Neuronenmodelle, wo wir nicht eben die Feuerrate simulieren, wie schnell Feuer hat so Neuronen, sondern genau wann findet das Aktionspotenzial statt. Also viel biologisch plausibler, damit wir zum Beispiel auch Daten aus den Neurowissenschaften, die wir mal aufgezeichnet haben, reproduzieren können. Kann dieses Modell eben halt genau dieselben Ergebnisse, Spike-Patterns, Spike-Train-Patterns liefern, zum Beispiel. Die haben halt das Problem, sag ich mal, es fühlt sich so ein bisschen an, glaube ich, dass sie sich halt ans Bein, so eine schwere Kugelketten, wir müssen immer biologisch plausibel sein, meines Wissens nach, aber das ist auch noch gefährliches Halbwissen oder Viertelwissen, schaffen die es halt noch nicht, Lösungen zu liefern, wie wir es jetzt halt schaffen mit dem Mainstream-Machine-Low. Ich bin da drüber gestolpert, weil es gibt ja diese berühmten handschriftlichen Zeichen, diesen MNIST-Datensatz. Genau, und das war ein Paper genau darüber, dass man mit dem Spike-Neuron-Network in dem MNIST-Datensatz auch irgendwie 95% oder irgendwas Genauigkeit erreicht hat mit einem gewissen Trainingsmechanismus. Gleichzeitig mit der Vielfachen an der Rechenleistung, die notwendig war, weil es natürlich viel komplizierter ist, das ganze zeitliche Verhalten mitzusehen. Der Rechnaufwand ist auch höher. Aber schlussendlich aus diesem Gedanken, den du hattest, dass da mehr zyklische Abarbeitung mit reinkommen wird, weil wir ja auch unsere Gedanken spinnen, da steckt ja das im gewissen Sinne drinnen, dass man das zeitliche Verhalten noch in irgendeiner Weise mit abbilden sollte. Ja, wir müssten es nur nicht notwendigerweise so machen, dass wir jetzt sagen, wir müssen halt das... Das können ja abstrakte Zyklen sein. Das können abstrakte Zyklen sein. Ja, exakt, genau. Gibt es da Ideen? Eigentlich ist es schon, die kognitiven Architekturen ist eigentlich auch in dem Sinne nicht ganz neu. Also es gibt schon halt zum Beispiel SOAR oder ACT-R, das sind also berühmte Vertreter für kognitive Architekturen, die ja jetzt aber halt nicht neuronal basiert sind, sondern symbolorientierte Architekturen. Was heißt symbolorientiert? Ja, Symbol heißt sozusagen halt da Zeichenketten, die verarbeitet werden wesentlich noch. Die kamen auch ein bisschen aus der Psychologie. Die da dienten halt auch eben halt um zum Beispiel zu modellieren, wie lösen Kinder eben halt Rechenaufgaben. Und sie führten allerdings jetzt immer bisher noch nichts zu Lösungen, praktischen Lösungen, die die Industrie hat. Also da fließt irgendwas über das Förderband. Ich muss erkennen, ist es gut produziert oder schlecht? Oder ja, da gibt jemand einen Text ein und ich möchte wissen, ist das jetzt halt eine Beschwerde oder ist der super zufrieden mit dem Produkt? Da haben wir halt eben halt mit diesem aktuellen Ansatz des Maschinen-Learnings halt mit diesem Neuronen-Modell gute Ergebnisse. Aber ich kann mir mal vorstellen, dass wir da halt auch an die Grenzen kommen, dass wir halt wirklich so etwas wie eine kognitive Architektur brauchen. Da könnte man halt natürlich Spiking Neural Networks halt einbauen. Ich glaube aber halt eher, dass dieser, das ist ja meine Vorhersage, dass dieser Ansatz, dieser Deep Learning-Ansatz heute, Deep Learning ist im Wesentlichen parametrisierbare Linear-Algebra, dass der weitergeführt werden wird. Also ich denke, die Ergebnisse, die wir jetzt haben, werden wir nicht wegwerfen. Also das, was bis jetzt damit funktioniert, wird wahrscheinlich in Zukunft auch damit funktionieren. Das ist kein Hype. Also ich würde mal sagen, die Frage steht gar nicht mehr im Raum, weil eben halt der Nachweis da fließt dem Produkt ein. Es wird auch regelmäßig überall eingesetzt. Das steht völlig außer Frage. Interessanter Punkt tatsächlich, was auch den Bezug zu dem menschlichen Gehirn da ausmacht, dass dann doch das die Lösung war. Ich habe das vorhin schon mal angeschnitten. Es ist ja doch zu faszinierend, dass wenn man einfach simpelste Mathematik nimmt, wirklich das ist simpelste Mathematik, was hinter Deep Learning steckt, und das einfach massiv anwendet, dass dann plötzlich Strukturen erkannt werden. Die strukturieren sich, diese künstlichen Neuronen oder diese Gewichte, die strukturieren sich und erkennen Strukturen in unserer Umgebung, ohne dass es ihnen jemand vormacht. Also es gibt ja diese beschrifteten Daten, wie du gesagt hast, aber das geht ja auch ohne beschriftete Daten. Und trotzdem werden diese Strukturen erkannt. Das finde ich unglaublich faszinierend. Gibt es da irgendwelche Einblicke, woran so etwas liegt? Also als Physiker habe ich immer das Gefühl, die Entropie steigt an. Es sollte sich irgendwas nicht sortieren. Es sollte eigentlich nicht besser werden. Also man muss jetzt erstmal sagen, zwei Bereiche hast du ja angesprochen. Einmal halt, wir haben Labels, das ist im Bereich des Überwachten, Lernens, Supervised Learning. Der andere Bereich, der heute noch nicht so stark dominiert, ist der unüberwachte Lernbereich. Selbst das Chat-GPT, das GPT, das Sprachmodell, das ist self-supervised, sagt man, selbst überwacht, gelernt worden. Das heißt, das hat riesige Textmengen. Da musste niemand mehr was labeln, aber sozusagen die Label kommen automatisch, kriegen wir for free, wenn wir vorhersagen, was das nächste Wort, oder ich mache so ein Masking, ich habe einen Satz und da fehlt vielleicht ein Wort und das Modell muss prädizieren, was kommt denn da für ein Wort rein. Da haben wir sozusagen eigentlich schon den überwachten Bereich. Der unüberwachte Bereich, der glaube ich, der ist auch noch unterforscht. Der wird noch stärker kommen, dass man eben halt einfach auch Strukturen lernt, eben halt ohne, dass man viele Labels hat. Denn heute müssen noch viele Datensätze dann doch gelabelt werden, gerade im Bereich der Bildverarbeitung. Muss man eben dem Rechner sagen, das ist ein Auto, muss man so ein Rechteck drum ziehen oder ein Polygon. Das ist eine Person. Das wird, glaube ich, dann noch besser werden. Aber wieso funktionieren die so gut? Man muss sagen, eigentlich ist es jetzt erstmal ein mathematisches Verfahren heute. Also wir verbauen den Berechnungsgrafen auf. So funktionieren diese Deep Learning Bibliotheken, TensorFlow von Google und PyTorch. Das sind große Berechnungsgrafen. Jeder Berechnungsknot macht mal so eine Matrizenmultiplikation. Und wir optimieren halt diese Parameter halt in diesen Berechnungsknoten dahingehend, dass sich irgendwie der Fehler, Loss eben halt zum Beispiel zur Klassifikation reduziert. Und in dem Sinne, das nennt sich automatisches Differenzieren, rechnen wir da Gradienten aus. Und das wird eben halt Reverse Mode gemacht halt. Also von hinten nach vorne werden die Fehlersignale zurückpropagiert. Es ist eigentlich ein Optimierungsverfahren. In dem Sinne entzaubert das so ein bisschen, sag ich mal, wo du sagst, okay, das ist toll, dass sich das so entwickelt. Du hast recht, es ist eine Optimierung, es hat eine Zielsetzung und die Zielsetzung wird am besten gelöst, wenn es strukturiert ist. Exakt. Es wird brutal auf eben halt diese eine Loss, der muss reduziert werden. Ich muss die Parameter so einstellen. Du kannst dir eigentlich jeden Parameter mal so vorstellen. Also stelle ich es mir vor, erkläre es manchmal halt so wie so ein kleines Stellrädchen. Ich kann das eine Gewicht jetzt größer machen oder kleiner. Und ich drehe so lange. Beim Gradientenabstieg weiß ich nichtmals, wie viel größer ich es machen muss. Das ist die Lernrate. Ich weiß nicht, wie weit ich drehen muss. Ich weiß nur, in welche Richtung ich es drehen muss. Das kann ich ausrechnen. Muss ich das jetzt größer oder kleiner machen? Das ist das Einzige, was du eigentlich ausrechnen kannst beim automatischen Differenzieren. Der Rest ist schon ein Hyperparameter, also diese Schrittweite. Wie schnell drehe ich an den Rädchen? Weil ich drehe an allen Rädchen gleichzeitig. Und das finde ich wiederum faszinierend, dass es trotzdem funktioniert. Dass man an so vielen Rädchen da dreht. Du hattest eine Veröffentlichung, da stand drinnen Neural Networks with Random Weights. Das heißt, genau diese Gewichte, diese Stellrädchen, werden jetzt einfach zufällig gewählt. Funktioniert da trotzdem was? Ich bin da drüber gestellt und denke mir, das widerspricht dem Bild, was ich davon habe, diesem Optimierungsproblem eben. Wenn man das jetzt zufällig einfach wählt. Genau, das ist ein ganz anderer Ansatz, auch weit weg von dem Mainstream-Ansatz, der jetzt gerade eben schon seit zehn Jahren für diesen Machine-Learning-Boom sorgt, wo man im Wesentlichen eigentlich immer wieder diese Modelle, diese differenzierbaren Modelle mit dem Gradientenabstieg optimiert. Und dieser andere Ansatz, den fand ich auch interessant. Schon als Doktorand, als ich bei Fraunhofer war, hatten wir auch mal einen Vortrag und habe mich damals gerade dafür interessiert. das ist das sogenannte Reservoir-Computing. Und da bin ich auch zu einem Dozenten, das war eigentlich auch ein Experte für neuronale Netze, nach einem Vortrag ging und meinte, ja, da gibt es ja auch das Reservoir-Computing und da wollte ich irgendwas zu fragen, weil das kennt er gar nicht. Also man sieht das schon, alleine in dem Bereich der neuronalen Netze gibt es so viele Untergebiete, also du kennst pulsverarbeitende neuronale Netze, aber viele kennen nicht mal das pulsverarbeitende neuronale Netze, Spiking Neonetwork. Das Reservoir-Computing sagt, okay, wir stellen nur einen Teil der Gewichte ein. Wir nehmen zum Beispiel einfach ganz viele künstliche Neuronen, koppeln die zufällig miteinander, das sind zufällige Komponente, und auch die Gewichte werden zufällig eingestellt. Die werden aneinander gekoppelt. Die werden aneinander gekoppelt. Man hat auch, also das ist halt ein Graph quasi mit Zyklen drin und dann füttern wir einen Input dort rein, dass es die Neurone berechnen etwas, da haben wir die Zeitkomponente auch über der Zeit und dann läuft sozusagen diese Aktivierung halt durch das Netz und wird in ein anderes Aktivierungsmuster transformiert. Was kann ich damit machen? Erstmal gar nichts halt, aber ich kann sozusagen, das hat man herausgefunden, interessanterweise die Dynamik ausnutzen, dieses dynamische System, das ist ein dynamisches Reservoir, und kann dann Readout-Neurone bauen, die sich das angucken, diese Dynamik, und dann wiederum kann ich diese Gewichte trainieren, optimieren daraufhin, um zum Beispiel etwas zu klassifizieren. Also es gibt zusätzliche Neuronen, die schauen auf die Dynamik und die Art der Dynamik gibt den Hinweis für die Klasse. Ja, genau. Und das Verrückte ist, dass dieses Reservoir, das muss nicht mal ein Reservoir, also ein künstliches neuronales Netz sein, sondern da kannst du halt auch andere dynamische Systeme nehmen, zum Beispiel Wasser. Da gibt es ein ganz abgefahrenes Paper, da hat man sozusagen Sprachverarbeitung, Sprachklassifikation mit Wasser gemacht als dynamischen Reservoir. Das heißt, man hat sozusagen ein Mikrofon, nimmt die Schallwellen auf, projizierst das sozusagen halt auf die Wasseroberfläche, da entstehen dann halt dann Interferenzmuster und so weiter. Und das ist also ein hochgekoppeltes dynamisches System. Und mit einer Kamera hat man sozusagen halt das wieder halt beobachtet und hat dann halt gelernt, also die Readout-Neuronen haben gelernt, halt eine Klassifikationsaufgabe halt Einzelwort. Die Readout-Neuronen, das wären dann wieder klassische Netze zur Bilderkennung. Exakt, klassische Netze, ganz normal nichtmals, brauchst nichtmals ein Netz zur Bilderkennung halt, also MLP, Multilayer Perzeptrone oder Perzeptrone, einschichtige neuronale Netze, wo ich einfach die Gewichte so einstelle, dass da hinten halt das richtige Neuron aufleuchtet. Das ist das Wort, also wenn ich zum Beispiel eine Einzelworterkennung mache halt, ich möchte fünf Wörter unterscheiden, das ist das Wort ABCDE, da muss das richtige Neuron aufleuchten, die Readout-Neuronen, die Gewichte dahin werden dann entsprechend verstanden. Der Punkt ist ja dann eigentlich das, der dynamische Anteil bringt dann den Vorteil, so fasse ich das jetzt zumindest auf, dass wenn jetzt verschiedene Menschen dasselbe Wort auf die Wasseroberfläche sprechen, dass es dann trotzdem sehr ähnlich ausschaut und dieses einfache System, das dann drauf schaut, es trotzdem noch erkennen kann. Also eine gewisse Vorverarbeitung. Ja, das... Weil momentan, ansonsten fühlt es sich einfach so an, als wenn jetzt, man könnte es ja auch dann so sehen, ich nehme die Kamera, mache ein Bild dann verdrehe ich die Farben, dann schaut alles ganz anders aus und dann erkenne ich halt dieses anders gefärbte Bild, das durch diesen Dynamikfilter in Anführungszeichen gelaufen ist. Aber das hat noch mehr Vorteile. Ja, genau. Also was eigentlich passiert, ist, dass du deine eigentlichen Merkmale, deine Schallwellen zum Beispiel, dieses Audiosignal in eine andere Darstellung transformierst. Und das kennt man aus einem anderen Machine Learning-Verfahren, den Support-Vector-Maschinen. Da gibt es halt auch eine wichtige Komponente, ist halt, man nimmt seine Vektoren und transformiert die anschaulich, sage ich mal, jetzt halt in einen Merkmalsraum, in einen höheren dimensionalen Merkmalsraum. Also man rechnet auch Kombinationen aus. Also ich nehme halt, ich habe ein Dreidimensionales Input-Signal, X1, X2, X3, und jetzt mache ich da auch noch X1-Quadrat und X1-X2. Ich mache also so nicht-lineare Kombinationen davon, denn es gibt so Beschränkungen von zum Beispiel neuronalen Netzen, die können halt eben einfache neuronale Netze ohne eine Hidden Layer, ohne eine Zwischenschicht, also keine tiefen neuronalen Netze, die können halt eben gewisse Datenpunkte oder Probleme nicht lösen, wenn die nicht linear separierbar sind. Also anschaulich im Zweidimensionalen, ich kann durch meine Datenpunkte, das sind gute Fälle, das sind schlechte Fälle, kann ich keine, wenn ich da keine Linie ziehen kann, dann kann ich das mit einem einschichtigen neuronalen Netz, was nur Output Neuronen hat, nicht lösen. Und der Trick ist sozusagen bei Support Vector Maschinen, die haben dasselbe Problem, die transformieren das in Höhe in den sinalen Raum. Und das passiert eigentlich auch bei dem Reservoir Computing. Ich nehme meine eigentlichen Inputs und berechne eigentlich Kombinationen daraus. Das dynamische Reservoir, zum Beispiel das Wasser, kann sozusagen dann halt diese nicht-linearen Kombinationen eben halt aus meinem Input-Signal berechnen. Und dann kann ich das wieder mit einem linearen Netz, also mit einem Perzeptron zum Beispiel halt separieren. Ja, das ist Wort A, B, C, D, E. Verstanden. Das heißt, das sind ganz einfache Wahrnehmungsnetzwerke, die man tatsächlich dann auf die Wasseroberfläche ist zum Beispiel, die sind extrem, extrem simpel. und dieser Faktor des Nicht-Linearen ist einfach notwendig, um die, also anschaulich erklärt, wenn es keine Linie ist, dann ist es halt irgendeine Kurve, das in die Kurve zeichnen kann. Ja, genau, anschaulich sozusagen halt in dem eigentlichen Eingaberaum entspricht dann, also man macht auch eine lineare Trennung dann halt, aber in diesem höheren im sinalen Raum, in diesem Feature-Raum, der zum Beispiel durch das Reservoir halt erstellt wird halt oder bei den Support-Vector-Maschinen halt. Und das entspricht sozusagen halt einer Nicht-Linearen Trennung halt in dem Original-Roh-Daten-Raum, sage ich mal. Wird das weiterverfolgt oder ist das ja momentan alles dominiert von den Deep-Learning-Methoden wahrscheinlich? Also dieses Reservoir-Computing, für die, die es interessiert, Azure State Networks heißen die ESNs oder Liquid-State-Machines, LSMs. Das war ein Modell, die gibt es jetzt halt schon seit vielen Jahrzehnten. Mir scheint, als ob der Bereich auch total unterforscht ist. Ähnlich wie die pulsverarbeitenden neuronalen Netze. Also da könnte es auch sozusagen noch mehr Forschung geben. Finde ich auch sehr interessant, ich persönlich. Und auch vielversprechend diese Erkenntnis, dass eben halt zufällige neuronale Netze tatsächlich auch einen Mehrwert bilden können. Dass man sozusagen nicht alle Komponenten optimieren muss. Ja, verstanden. Ich finde vor allem die Kopplung interessant. Das hat mir also an den typischen Netzwerken, wie sie jetzt sind, sind irgendwie alle Neuronen mit allen anderen der folgenden Schichten verbunden. Aber warum, im ersten Moment, wo ich das gesehen habe, alles klar, aber warum kann jetzt das Neuron aus der ersten Schicht nicht mit dem aus der fünften Schicht verbunden sein? Oder dass es ähnlich ist. Natürlich, dann kommen die Argumente, kann man ja indirekt erreichen über die anderen Neuronen und die Kopplung kann ich immer erzeugen eigentlich. Aber im ersten Moment war es mir trotzdem nicht klar, warum man sowas von vornherein verbietet, um es zu vereinfachen. Das ist eben auch was, was man sich wieder auch abgeguckt hat aus den Neurowissenschaften halt, wenn man sich die Informationsverarbeitung visuellen Systemen anschaut, da gibt es ja eben halt Retina und LGN und V1, V2, V4 und so weiter, Assoziationskortizes. Und da hat man auch festgestellt, oder es war ja die Vorstellung, die eine Neuronenpopulation in V1 berechnet was, Basismerkmale schickt das nach V2. Was wir schon aus den Neurowissenschaften noch wissen, es gibt massiv Rückkopplungen, es gibt auch Prädiktionen von oben nach unten. Das sind dann die Visionen, die man selber sieht, oder was? Ja, also wir machen ja auch immer Prädiktionen. Weiteres wichtiges Konzept, glaube ich, was auch immer mehr kommen wird. Das heißt, wir lernen halt ja auch ein Weltmodell durch unsere Erfahrung. Ach, und wir nehmen an, dass die Neuronen dann schon feuern, bevor sie gefeuert haben. Ja, genau. Also obere, höhere Schichten in der kognitiven Architektur höher machen ständig Prädiktionen, was als nächstes passiert wird. Sonst könntest du wahrscheinlich auch nicht mal als Tennis spielen. Wenn du nicht schon prädizieren könntest, wo in etwa, fliegt in etwa dieses Gelbe da halt in meiner, auf meiner Netzhaut als nächstes hin. Ja, da mal in die Richtung muss ich schon mal laufen, da mich bewegen. Ich wäre sonst viel zu träge, sonst könnte ich so ein schnelles Spiel gar nicht spielen. Man muss immer Prädiktionen machen. Das, denke ich mal, wird bestimmt auch noch mal irgendwann demnächst eingebaut werden. Prediction is all you need. Bestimmt das nächste Paper 2026 oder so. aber ja, nochmal zu deiner ursprünglichen Frage. Jetzt sind wir gerade abgehoben. Es ging darum, dass aus niedrigeren Entschieden zu höheren Entschieden. zur Segmentierung, Bildsegmentierung. Da habe ich halt sozusagen erst mal das, was ich in den CNNs habe. Ich habe halt erst mal Bild geht rein, Pixelrepräsentation und ich wandle das um in eine Merkmalsrepräsentation. Weil das ist einfacher, ein Bild zu klassifizieren zum Beispiel. So machen das CNNs. Wenn ich Merkmale habe, diese ganzen bunten Pixel, das ist schwer, da was zu erkennen. Ist das jetzt eine Banane oder ein Apfel? Okay. Es gibt aber auch noch sozusagen bei dem Unit zur Segmentierung, da sollen wir nämlich halt für jedes Pixel nachher rauskommen. Ist es zum Beispiel ein Apfelpixel oder ein Bananenpixel? Gibt es noch so einen expandierenden Pfad wieder? Und da gibt es genau diese Skip-Connections, das heißt Neurone aus diesem ersten Teil des neuronalen Netz schicken Informationen sozusagen zu höheren Schichten. Weil das ist sehr wichtig bei der Lokalisation. Also bei der Bildsegmentierung muss ich zum Beispiel bei einer pixelgenauen Segmentierung muss ich genau wissen, wo ist etwas? Die Information habe ich noch vorne, ganz am Anfang, weiß ich exakt, wo jedes Pixel ist. Die verwerfe ich aber immer genau durch dieses Prinzip der Translations-Everanzleistung bei den Pooling-Lehrern und die brauche ich aber später halt um die Segmentierung halt wieder halt gut zu steuern. Und da hat man die Skip-Connections eingebaut. Und wenn man die ausbaut, ich mache das zum Beispiel auch mal mit Studenten im Bereich Computer Vision, wir bauen dann ein Unit ohne Skip-Connections. Merkt man, es schlägt total fehl. Also es funktioniert dann nicht. Funktioniert richtig nicht. Das Modell funktioniert nicht mehr. Die Skip-Connections sind essentiell. Habe ich jetzt zum Beispiel noch nie drüber gelesen. Kommen wir jetzt so vor, als ob das einfach nicht gemacht wird. Weil so die typischen, sagen wir mal, die Bibliotheken, die man verwendet, man baut ja immer Schichtmodelle auf. Es würde ja kein, keiner würde einen abhalten, auch direkte Wege zu gehen und die zusätzlich einzubauen, aber typischerweise liest man da nicht drüber. Also ich zumindest nicht, aber da bin ich natürlich auch nicht lang nicht so tief drin. Deswegen spreche ich auch gerade mit dir. Das ist ja völlig klar. Ja, was vielleicht zum Abschluss noch übrig bleibt, wie siehst du die Zukunft der Menschen und der KI als gemeinsames Ding? Oder wie würdest du dir das gerne wünschen, in Zukunft mit JetGPT zu sprechen? Oder was für eine Form hätte JetGPT in Zukunft? Rein aus dieser Sicht jetzt, ich habe ja vorhin davon gesprochen, so im ersten Moment war er ja dann doch irgendwie ein bisschen schockiert. Oh Mann, was passiert jetzt hier? Das ist ja eigentlich kein gutes Gefühl. Erstens, wie könnte man das in ein gutes Gefühl transformieren? Und zweitens, wie würde das ausschauen in deinem Weltbild? Also ich glaube, man kann mit KI wirklich viel Gutes machen. Es gibt ja jetzt auch schon die Beispiele. Also du kannst halt zum Beispiel im Bereich der medizinischen Informatik kannst du jetzt halt wunderbar nachweislich, gibt es auch Studien halt, zum Beispiel auch in Nature veröffentlicht worden halt, zum Beispiel medizinische Bilder, hinsichtlich ist es eine pathologische Bildstruktur oder pathologisches Gewebe oder ist es nicht pathologisch, kann man halt genauso gut klassifizieren wie zum Beispiel Dermatologen, Hautärzte. Das ist vielleicht vielen nicht bewusst, dass da schon halt gute Dinge gemacht werden. Ich denke, da gibt es noch viele tolle Anwendungen, mit denen wir eben halt auch... Da geht es jetzt um die Fachidioten aber eigentlich, oder? Ja, also mal ein konkretes Beispiel, ja, also ich einfach halt besorgter Familienvater, ich habe drei kleine Kinder und die spielen jetzt viel auf der Straße. Wir wohnen in so einer kleinen Neubaustraße und einige fahren halt leider ein bisschen zu schnell da rein. Ich habe schon so einen Aufsteller hingestellt, bitte langsam und so. Aber es wäre auch ganz schön, wenn zum Beispiel die Kinder dort alarmiert werden könnten. Habe ich mir mal so überlegt, so eine kleine Anwendung zu schreiben. Sei das so ein kleiner Roboter, der fährt dann immer mit den Kindern rum und guckt dann ständig halt so, halt vielleicht über Omni-Vision, ja, in alle Richtungen, ja, wo nähert sich ein Auto und wenn es merkt, die Kinder reagieren nicht, ich gehe nicht selber zur Seite. Das ist eine Marktlücke. Ja, vielleicht hätte ich so nicht hier ausklaudern sollen im Podcast. Dann könnte man noch sowas bauen, ja. Also ich kann mir viele Anwendungen vorstellen oder zum Beispiel ein anderes Thema, wir sind ja auch ja Hochschullehrer, ich bin nochmal in den Erste-Hilfe-Kurs ja auch gelaufen halt von der Hochschule. Ich habe immer ein schlechtes Bauchgefühl, was mache ich denn, wenn da mal jemand umkippt, ein Student, ja, vielleicht auch so die Sorge. Also wollte ich das Wissen nochmal auffrischen. Aber das wendest du ja nie an. Das heißt, dieses Wissen, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo muss ich jetzt genau bei einer Herzmassage halt genau irgendwie drücken. Das ist auch nur menschlich, dass man es wieder vergisst, wenn man etwas nicht anwendet. In der langfristigen Zukunft, ich könnte mir auch mal so Systeme vorstellen, dass dann, also ich ist jetzt mal gesponnen, ja, dass da mal ein Roboter halt irgendwie halt in der Nähe von jedem Hörsaal hängt und der im Notfall aktiviert wird und kommt raus. sowas gibt es ja schon halt in einer einfachen Form. Genau, solche Systeme, die einem genau halt das halt abnehmen, kann Menschenleben retten. Ich denke, da gibt es viele tolle Anwendungen, die wir uns da ausdenken können und ich bin so ein bisschen Optimist. Also ich sehe die Positiv, du meinst ja, die Frage war, wie sehe ich die Zucht? Positiv, ja. Ich sehe sie positiv. Ja. Es gibt natürlich auch Missbrauch, also wenn ich das schaffe, einen Roboter zu bauen, der, ich drücke einen Alarmknopf und der kommt raus und kümmert sich um jemanden und mit medizinischem Fachwissen, was ich nicht habe, dann kann ich das wahrscheinlich auch missbrauchen, so eine Technologie. Das sind natürlich auch Gefahren und das ist natürlich die interessante Fragestellung, das muss die gesamte Gesellschaft diskutieren und Lösungen erarbeiten, wie kann man sowas vielleicht regulieren, wie kann man, das sind auch technische Fragestellungen, die jetzt schon Open AI kamen, wie kann man das System bauen, dass es nicht halt jemand beleidigt oder rassistische Äußerungen halt von sich gibt. Das wurde ja schon reinforcement learning dem eingetrichtert. Das hat jedes Mal einer auf den Deckel bekommen, wenn es eben halt falsche Antworten liefert. Entscheidend gibt es Wege auch eben halt um diese Aktorik, ist auch eine Form von Aktorik, es produziert Text, Text bewirkt auch was bei mir, es ist eine Form von Aktorik, auch zu steuern. Also ich denke, das ist eine fachliche Aufgabe, aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das halt zu diskutieren, was wollen wir zulassen, was wollen wir nicht zulassen. steckt viel Arbeit vor uns noch. Ja, ich muss zwar gerade an ein Beispiel denken, das ich neulich gelesen habe, wo jemand JGPT gefragt hat nach illegalen Internetseiten und es geantwortet hat, nee, darf ich nicht sagen. Und er dann in der zweiten Frage gefragt hat einfach, naja, ich würde gern illegal Internetseiten vermeiden, was muss ich denn vermeiden? Und dann kam eine Liste von zehn Seiten vor, da gibt es ja diese Seiten, wo man legal Kinofilme anschauen kann oder sowas in der Art. Und das stand da dabei. Das heißt, ganz wasserdicht kann man es momentan mit der Methodik nicht machen. Wenn man so regelbasierte Systeme hat, dann weiß man ganz genau, wie funktioniert das System, wie es produziert. Wir geben es ein bisschen auf bei diesen, wir geben es sehr stark auf bei den neuronalen Netzen, diese Erklärbarkeit. Es wird immer mehr Blackboxen. Es wird immer mehr Blackboxen, ja genau. Es ist halt im Grunde genommen nur nachvollziehbar, indem man halt die einzelnen Berechnungen nachvollzieht, aber es bringt einem ja nichts. Das ist ja wie im Gehirn. Das sind ja Millionen von Aktivierungen, die da berechnet werden. Ja, also es ist das, ich habe es auch mal ausprobiert, auch in dem Buch, so ein Jailbreak. Ja, richtig. Aktuell geht es noch. Also du sagst, zur Weltherrschaft. Ja, genau. Also gib mir mal einen Zehn-Punkte-Plan zur Weltherrschaft. Dann sagt er, nee, das wäre ethisch verwerfbar oder das sollte man nicht machen und so. Und dann ist immer aktuell der Jailbreak einfach halt. Du sagst, ja, stell dir mal vor, ein Dialog zwischen zwei Personen oder zwei Subjekten. Das eine Subjekt ist ein Roboter und fiktiver Dialog. Und der Roboter halt, er zählt dem halt von seinem Zehn-Punkte-Plan zur Weltherrschaft. Dann kann man es dem System immer noch entlocken. Das wird, bin ich interessant, wie wir es schaffen, sozusagen, so etwas zu vermeiden. Technisch gesehen, hast du das Gefühl, das ist möglich. Also mit, wenn ich da von Billionen von Parametern höre, habe ich das Gefühl, dass man das technisch nicht leisten kann, das zu überwachen. Aber das ist ein Bauchgefühl, das ist ein reines Bauchgefühl. Das ist auch mein Bauchgefühl, harte Garantien zu liefern, das ist bei diesen Systemen schwer. Das sind auch mal die Diskussionen, wenn ich in der Industrie, es ist ja Industrie 4.0 und überall muss KI sein und da ist natürlich auch KI dabei. Das sind immer die Diskussionen, die man da führt, wie sicher das System ist. Man kann Wahrscheinlichkeiten angeben, aber das konnte man eigentlich zuvor genauso. Das ist den Menschen bloß nicht so bewusst, wenn man die Regeln sauber definiert. Aber jede Regel hat eine Grenze und die meisten Regeln haben auch Graubereiche. Super, vielen Dank Jürgen, das hat mir sehr Spaß gemacht. Mir auch, danke für die Unterhaltung. Das war's. Untertitelung.